Letzte Minute läuft. Zielverletzungen gab es nicht in der zweiten Halbzeit. Italienische Schiedsrichter lassen gerne ein bisschen länger spielen, wenn es ihnen denn so gut gefällt. Etwa noch nicht. Vielleicht die letzte Chance für Manchester United. Und die letzte gefährliche Situation für den FC Bayern. Speichel, schauen Sie, Speichel am 5 Meter auf. Die X, das kann nicht wahr sein. Kenny Sheringham. Das darf nicht wahr sein. Und die Bayern hatten die Hand schon am Silber. Ich glaub's nicht. Ich denke noch, wir sind in der 93. Minute. Warum? Weil es nur Colina. Ja, es ist passiert. Solskjaer. Das darf es nicht geben. Da sind die Bayern selber schuld. Es ist so leid, wie das tut. Kostball Sheringham. Und Solskjaer hat nur den Fuß dazwischen. Sie müssen jetzt mal sehen, wie es aussieht im Strafraum der Bayern jetzt. Danke. Und so fühlen sich das verdient. Und dann haben sie die Bühne gesehen. Und so fühlen sich das, wie es aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020